So, hier ist der Rolf in Parteya. Jetzt zeig ich euch gleich mal, was Parteya sonst noch so zu lieben hat. So, hier ist der Rolf in Parteya. So, hier ist der Rolf Das war's für heute. Wow. I can hear which ones are good. Yeah, man. Toss open! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.